Was ist dein Status? Wir können das Gebäude nicht ohne Samaras Unterstützung nehmen! Begeleicht, sie sind auf der Weg. Hey, 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 hey! Schau! Wir haben kurz Zeit, euch was mitzutanken. Gefährt den? Natürlich, weil am Wochenende erwartet euch ein ganz großes Halloween-Special und wir werden ganz viele coole Sachen vorstellen. Mit paar Minuten Zeit, dann müssen wir schon wieder loslegen. Ja, wir haben uns hier im Raum eingeschlossen. Gefährt, es stell mal kurz vor, was wir alles vorbereitet haben. Am Freitag, am Freitag, wir füllen wir dieses Set und zwar im Kostüm. Am Samstag streamen wir, bauen dieses Set auf, im Kostüm, 15 Uhr, auf Joyfoss. Seid dabei! Sonntag, ein Ripple, dieses Set, im Kostüm. Weiter, Gefährt, weiter, schnell! Also, wir streamen 15 Uhr und es ist was ganz Besonderes, denn ihr könnt Sachen gewinnen. Zeig erst mal die Mühle-Bände-Geschwerte. Nein, zuerst, dass ihr gewinnen könnt. Also, ihr könnt diese CD gewinnen, von unserer Lieblingsbände, die unsere Intro geschrieben hat. Jetzt zu unserem coolen Gewinn-Spiel. Nein, wir haben noch die Spezialüberraschung vergessen. Nein, das kommt zum Schluss, Gefährte. Wir haben jetzt keine Zeit. Also, die beiden Figuren, die müsst ihr irgendwie einsetzen. Das heißt, ihr könnt, egal welche Figur nehmen, sei es eure, sei es irgendeine andere, dann, das heißt, einfach nur zwei Figuren nehmen, irgendwo hinstellen, ein cooles Foto schießen, was mit Halloween zu tun hat und dann uns einfach markieren auf Instagram oder uns irgendwie ein Foto davon zukommen lassen. Per E-Mail-Adresse. Per E-Mail-Adresse. Ja, E-Mail-Adresse und dann einfach uns schicken und ihr könnt was cooles gewinnen. Wie gesagt, diese CD und noch ein Special erwartet euch. Genau. Ich helfe. Hörst du das? Okay, wir müssen los. Schnell! Schnell! Hey! We are going down. Week 45. Bis zum nächsten Mal. ey. Fe�.